Liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu den News. Es geht heute auch wieder um Neuigkeiten und Termine in der Gemeinde. Heute ist Dienstag der 13. Oktober und begrüßen möchte ich euch natürlich auch mit dem Losungswort. Erste Chronik 28,20. David sprach zu Salomo, Gott der Herr wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Und passend dazu der Lehrtext aus 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1. In beiden Versen geht es um einiges, was es zu tun gilt, aber auch um die Gewissheit, Gott ist dabei und wird es wohl richten. Ich denke, das ist auch ein wunderbares, ein gutes Begrüßungswort für all das, was wir in der Gemeinde gerade vorhaben oder auch auf das, was wir jetzt im Rückblick noch behandeln möchten. Mit dem Rückblick wollen wir auch beginnen und vielleicht auch mit den schweren Dingen zuerst, nämlich Rückblick auf den vergangenen Gottesdienst. Da gab es eine kleine Änderung, die vielleicht auch eine, ja, ich sage mal, ich nenne es eine kleine Einschränkung war. Kein Rückschritt, aber eine kleine Einschränkung. Ja, die Infektionen sind ja in den letzten Tagen vor dem Sonntag massiv angestiegen, zumindest bundesweit, sodass es nicht mehr so zweieinhalbtausend Neuinfektionen pro Tag waren, sondern es ist auf viertausend und über viertausend geschnellt. Ja, und das hat uns in der Gemeindeleitung dazu angeregt, die Sicherheitsvorkehrungen etwas zu erhöhen. Wir waren schon immer im Soll, aber jetzt arbeiten wir auch proaktiv weiter und haben uns dazu entschieden, jetzt nicht nur in den Gottesdienstsaal rein mit Mund-Nasen-Schutz zu gehen, sondern auch eben Gott zu loben und zu preisen mit Mund-Nasen-Schutz. Das heißt also, beim Lobpreis sollten wir Mund-Nasen-Schutz wieder aufsetzen. Und das ist aber nichts, was von der Landesregierung kommt, was jetzt in Gottesdiensten vorgeschrieben ist, sondern das kommt von der Gemeinde selbst. Richtig, und wir nehmen da Rücksicht auch gerade auf die älteren Geschwister. Wir haben ja doch auch ein paar ältere in den Präsenz-Gottesdiensten, was sehr schön ist. Und wir haben gemerkt, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es schränkt uns jetzt nicht massiv ein. Das ist viel besser, als wenn wir gar nicht singen würden. Richtig, auf Gesang wollen wir grundsätzlich nicht verzichten. Und solange es noch geht, jetzt diesmal mit Mund- und Nasen-Schutz, wollen wir das auf diesem Wege tun. Und nicht nur im Gottesdienst, sondern eigentlich bei all den Veranstaltungen, die auch während der Woche stattfinden. Ihr habt es ja auch schon gemacht bei den jungen Erwachsenen, oder? Richtig, hat auch wunderbar funktioniert. Klar, auch eine Änderung, muss sich anderen dran gewöhnen. Und ihr macht das bisher noch nicht so bei dem Bibelgespräch, ihr wollt das jetzt auch ändern, ne? Genau, das war ja das letzte Mal am Mittwoch, das erste Mal, dass wir wieder hier Präsenz-Bibelstunde hatten. War ein wunderbares Bibelgespräch, wir waren ungefähr 14 Personen. Herzliche Einladung auch dazu. Es wird nämlich erstmal kein Bibelgespräch online geben, sondern nur noch offline. Manche haben sich auch gefragt, ob wir das nicht aufnehmen können, aber das können wir nicht machen. Einmal ist es von der Technik nicht möglich, 14 Leuten ein Mikrofon in die Hand zu drücken. Und aufgrund der Corona-Bestimmung sitzen wir tatsächlich auch mindestens anderthalb Meter voneinander entfernt. Das ist also ein größerer Kreis. Das würde es technisch sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig machen. Und außerdem, wer diesen Kreis kennt, der weiß, da reden wir natürlich auch ein bisschen persönlich, da tauschen wir uns aus. Und da wollen wir nicht immer überlegen, ob wir zu viel erzählen aus unserem Leben. Beziehungsweise würden viele sich, glaube ich, gar nicht mehr trauen, was zu sagen. Das wollen wir nicht. Darum herzliche Einladung jeder, der die Möglichkeit hat, jetzt auch wieder am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr zum Bibelgespräch in die Gemeinde zu kommen. Und dann leider auch der Lobpreis mit Mund- und Nasenschutz. Aber ich denke, das wollen wir auf uns nehmen, um Rücksicht zu üben für diejenigen, denen es nicht ganz so gut geht. Ja, und jetzt sind Herbstferien. Heiko, da werden einige Veranstaltungen stattfinden, einige nicht. Sag doch mal, welche werden stattfinden? Ja, ganz klar. Kindergottesdienst wird stattfinden. Absolut, das werden wir uns nicht nehmen lassen. Da freuen wir uns drauf. Das ist jetzt nach dem Maislabyrinth auch nochmal besonders gut angelaufen. Nochmal danke an all die Eltern, die die Kids zum Maislabyrinth gebracht haben. Wir waren da mit Betreuer über 30. Und das war toll. Das war schön. Das hat nicht geregnet. Eine tolle Gemeinschaft. Und langsam wachsen wir da auch im Kindergottesdienst, kommen mehr Kids dazu. Wir sind ja immer sehr stark aufgestellt mit zwei Leitern pro Altersgruppe und wir sind gut vorbereitet. Wir haben richtig Spaß. Und nochmal eine herzliche Einladung an all die Kinder und Eltern, doch zahlreich auch in den Präsenzgottesdienst zu kommen. Ja, und ich möchte die andere Seite auch beleuchten. Du hast dich bedankt bei den Eltern, die euch die Kinder anvertraut haben. Das war auch echt klasse. Meine Jungs waren da kaum noch nach Hause zu bewegen. Jetzt möchte ich mich aber auch bei all denjenigen bedanken, die das überhaupt ausrichten. Einmal natürlich diese Sonderveranstaltung, aber auch dafür gerade stehen, dass der Kindergottesdienst jeden Sonntag stattfinden kann. Zwei Gruppen mit jeweils zwei Betreuungspersonen. Also vielen Dank euch, die euch Sonntag für Sonntag dafür bereit erklärt und auch in den Ferien das absichert. Ja, ich bin da sehr stolz auf meine Mitarbeiter. Wir sind jetzt mittlerweile 16 Mitarbeiter alle zusammen und sind sozusagen immer dann auch an Ferien da. Das ist echt gut, weil wenn man jetzt nur wenige ist, dann fällt das schwer, das sicherzustellen. Aber mit vielen, viele verteilen das auf viele Schultern, ist das einfach zu machen. Fantastisch. Ja, genauso geht es auch weiter bei den jungen Erwachsenen. Wann treffen sich die jungen Erwachsenen? Ja, Sonntag, 18.30 Uhr. Das ist jetzt auch sehr spannend. Wir kriegen viele neue Studenten dazu. Die dürfen sich alle sehr herzlich eingeladen fühlen bei uns. Und ja, also da haben wir natürlich auch Gesang mit Mund- und Nasenschutz. Aber wir haben auch ein sehr, sehr interaktives Bibelgespräch. Heiko, wenn du ein bisschen jünger wärst, ne? Würde ich sofort kommen, auf jeden Fall. Also ich kann das auch nur empfehlen. Und ich möchte auch all den jungen Studenten, die hier angefangen haben, die jetzt im ersten Semester sind in Osnabrück oder die vielleicht ihren Studienort gewechselt haben, hier neu angefangen haben, dem möchte ich alles Gute wünschen. Gottes Segen in ihren Studien und besonders auch, dass sie eine neue geistliche Heimat bei uns finden. Ja, wir haben jetzt doch einige Gruppen besprochen und ich finde es wunderbar, dass so viel bei uns läuft. Manche Gruppen finden allerdings auch nicht statt in den Ferien. Welche sind denn das? Das sind die Jungschaler, auch der Gemeinde Bibelunterricht wird in den Ferien nicht stattfinden. Und die Teenies, ja. Diese drei Gruppen, die machen Ferien. Es ist auch so, dass gerade in dieser Altersgruppe oft viele dann unterwegs sind und es sich kaum lohnt, dann ein Programm zu machen. Da erholen sich dann die Leiter und besprechen sich nochmal neu, wie es in den nächsten Monaten so zugehen kann. Ja, du sprichst von der Erholung der Leiter. Ich glaube, es haben die auch nötig, denn neulich waren auch Jungscher Übernachtungstage bei uns. Ja, das hast du ja auch ein bisschen miterlebt. Ich glaube, das ist immer was ganz Tolles für die jungen Personen, dass sie hier in der Gemeinde nochmal eine ganz andere Gemeinschaft erleben. Hier auch übernachten ist ja ein kleines Abenteuer. Absolut, super interaktiv. Ich denke, das schweißt total zusammen. Ich merke auch, dass das für die Kids ein richtiges Highlight ist. Ja, für die Leiter ist das ein Marathon. Zwei Übernachtungen in der Gemeinde auf Isomatte, auf der Empore oder unten im Saal. Da hört Action nie auf und da braucht man eigentlich nach dem Wochenende nochmal eine halbe Woche Erholung fast. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an all die Leiter und Mitarbeiter, die sich da voll eingebracht haben. Ich bin da richtig stolz auf unsere Mitarbeiter. Und wenn euch das auch begeistert, wenn ihr Kinder habt oder von Kindern wisst, denen es vielleicht gut hätte, wenn sie auch ein bisschen Gemeinschaft hätten, auch etwas von Gott hören, dann schickt sie einfach in die Jungschar. Los geht es dann direkt nach den Herbstferien wieder. Ja, es ist Urlaubszeit. Viele sind auch unterwegs. An dieser Stelle möchten wir euch auch grüßen und wünschen euch eine gute Erholung. Kommt wieder heil zurück. Manche können nicht in den Urlaub fahren, weil sie krank sind oder weil es ihr Alter nicht zulässt. An dieser Stelle möchte ich stellvertretend Grüße übermitteln von Helmut und Edith. Ihr habt es verfolgt. Die beiden haben einige Höhen und Tiefen hinter sich. Helmut war in der letzten Zeit in einem Krankenhaus und selbst mit dem Besuch war es sehr, sehr schwierig. Das hat sich jetzt wieder verändert. Er ist in ein Pflegeheim übermittelt worden und wer ihn besuchen möchte, der kann sich gerne an Edith wenden oder auch an mich oder an Markus. Ja, bitte denkt auch an andere ältere Geschwister und wenn es geht, ruft sie doch mal an oder besucht sie. Manchen Älteren ist es vielleicht nicht ganz so recht, wenn ihr spontan vor der Tür steht. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Durch Corona sowieso nicht. Aber ruft sie doch einfach mal an oder schreibt ihnen ein Kärtchen. Ich weiß, die freuen sich ganz sicher darüber. Ja, und da möchte ich mich auch wirklich an die bedanken, die das schon tun. Ja, also das ist auch immer großartig zu sehen. Ich rufe auch verschiedene Geschwister an, Seniorinnen, Senioren und da wird mir immer wieder erzählt, ja, der oder die, die rufen mich auch ab und an an. Und ich bin so glücklich zu sehen, dass wir da als Gemeinde zusammenrücken in doch so schwierigen Zeiten, dass wir uns aushelfen. Auch zum Beispiel Eckerhardt wird immer wieder abgeholt vom Seniorenheim. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Abholdienst, die da Woche für Woche so einen treuen Dienst haben und machen. Ja, David macht auch das ganz, ganz großartig, nimmt auch immer ein paar Leute mit, die sonst nicht in den Gottesdienst kommen könnten. Auch Roman. Also es sind einige, die sich dafür einsetzen, die auch nicht so einen kleinen Horizont haben, sondern wir sind Gott dankbar dafür, dass es Geschwister gibt, die so einen weiten Horizont haben und sofort auch die Bedürfnisse anderer sehen und sich dafür einsetzen. Ja, wir haben auch noch zwei Termine in der Zukunft, zu denen wir herzlich einladen wollen. Einer ist ein bisschen weiter weg, der ist Anfang November. Dazu bekommt ihr auch ein Anschreiben. Wir wollen eine Gemeindeversammlung durchführen. Es gibt wieder wichtige Entscheidungen zu treffen und das Gemeindeleben muss ja auch vorangehen, trotz all der Einschränkungen, die wir gerade haben. Und ich denke, es wird uns gelingen. Das andere ist ein Sonntaggottesdienst, zu dem wir einladen wollen, schon der nächste Gottesdienst. Und da haben wir Open Doors zu Besuch und da gibt es besondere Regularien. Da erzählst du uns gleich noch was zu. Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Viele von euch genießen ja den Online-Gottesdienst, allerdings nicht unbedingt live um 10 Uhr, sondern vielleicht im Verlauf des Tages erst später. Das ist natürlich auch toll, dass wir diese Möglichkeit haben. Jetzt am Sonntag werden wir diese Möglichkeit nicht bieten können. In Absprache mit Open Doors ist es Ihnen recht, dass wir diesen Gottesdienst zeigen live, aber nicht aufzeichnen und später ausstrahlen. Das heißt, er wird im Archiv nicht zu finden sein. Wenn ihr diesen Gottesdienst von Open Doors miterleben wollt, dann dürft ihr gerne euch anmelden und hier live sein im Gottesdienst im Gemeindehaus um 10 Uhr. Oder ihr schaltet einfach den YouTube-Gottesdienst um 10 Uhr an. Dann werdet ihr nichts verpassen. Im Nachhinein können wir euch leider nicht mehr daran teilnehmen lassen. Also keine Aufzeichnung davon wird überleben. Also überlegt es euch, ob ihr nicht eine Möglichkeit habt, so dabei zu sein. Ja, das war es wieder für heute. Vielen Dank, Matthias. Ja, sehr gerne. Und euch wünschen wir natürlich eine super coole Woche. Viele Begegnungen mit Gott, mit Gottes Segen. Werdet ihr genau immer die richtigen Entscheidungen treffen und werdet auch wissen, alles ist gut. Ja, bist einfach gottestreu. Haben wir in der Losung gehört, werden wir in der Woche auch erleben. Genau. Also bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020